hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen verbe let's play wb folge 97 wir sind wieder in der ehrenfest ich habe ein bisschen skillen können leider noch nicht 100 275 wenn ich jetzt wenn ihr mal gucken ob hier irgendwo die der verarbeitungslehrer stand und gucken ob man wir lernen können ja guck mal irgendwas tolles 280 fünf punkte also knotenrotleder ok ist gut aus 300 ok aber naja gut es will noch 15 punkte dann können wir coolen sachen machen das habe schon angezogen das was übrig ist verkaufe ich immer im auktionshaus paar sachen hätte ich nicht gedacht werden sogar gut verkauft so gehen wir es doch mal an normalerweise muss man den hund dafür füttern damit man es findet aber ich kenne die quest ja schon ich habe für die skill punkte von ich habe 175 oder so waren wir 190 knapp 200 gold bezahlt die höhlen geistern muss der höhlen geister ich meine funktionierter das licht und ja die funktioniert nicht okay weil ich meine ich hatte das letzte mal schon ausprobiert und das hat gar nicht hingehauen und dann kriegt man die hätte dem mann gezeigt und blablabla kristungsniedlich blablabla daher kein problem der geschenk abgeben der schwarze der schwarze können wir der schwarze die höhlen unter untergehen oder auch nicht. Da müssten wir nämlich auch Quests drin machen eigentlich. Und das ist, genau die müssen wir kümmern und ich glaub die komischen Würmer müssen wir auch, ich guck mal gerade weil ich mal anders von ihm nicht abgeschlossen. Oder doch? Ja, wir haben doch schon was abgeschlossen. Was geht euch durch den Kopf? Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ich würde sagen, 2 Gold, 2 Gold, 3 Gold nehmen wir die mit. Oh, das ist ein Kohle. So, wir sagen, hauen wir jetzt hier die Dinger. Das ist die mir jetzt nicht hauen, furchtbar. Aber so ist das leider. So ist das leider. Ich habe letzten, na, letzten so gut als ich das erste Mal hier war, bin ich hier drin so oft gestorben, weil ich dann teilweise ein Stück zuvor weit gegangen bin und dann zu viele mitgenommen habe. Also, als Hunterlein geht das ganz gut. Alter, ich habe noch nicht, war noch nicht ganz drin und haben gepullt. Jetzt habe ich wieder alles in den Kopfknallen hier. Was ich manchmal vermisse, verletternes Spellfleisch. Aber das gibt es leider nicht in einem Crusade. Oh, gut. Man kann ja nicht alles haben. Ähm. Ähm. Okay. 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 Jetzt wird schon wieder Haare hier. Wir schaffen das. Das heißt, wir mit der Keule drüber. Oh, das ist ganz tapfer. Sehr gut. Sehr gut. Was zu essen? Komische Nimonen haben wir nie für irgendwas gezählt, glaube ich. Oh ja. Ja, ist klar. Immer dasselbe. Ich glaube, das könnte nicht gut ausgehen. Hm. Ja. Oh ja. klar. Zum Glück kann ich mich totstellen. Ich glaube, ich gehe mal was zu essen und zu trinken kaufen. Das wäre ganz gut. Ich glaube nicht, dass das lange so gut geht dann. Oh, wir haben wieder die aufhaltbare Macht. Und eine weitere Kriste. Schön. Mitnehmen. So, das ist gut. Wir trinken erst mal was und holen unseren Sami wieder. Äh Sami. Und dann, äh, Dean wieder. Äh, unseren Aslan. Ah, ganze Woche im Kopf. Oh, ist er nicht. Unglaublich. Zum Glück wird dieses Mal er nicht abgezogen, wenn man es anfängt zu casten. So, auf einmal. Wir müssen auch Würmer töten, oder? Ja. Wir können ja erstmal Würmchen töten. Aber wir versuchen sogar im Totspringerlager. Ach, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich wollte jetzt nicht unter die Fliege ab. Was so unglücklich ist. Oh, meine Mann. schon gut aus schon wieder besser es geht ihm schon wieder besser das ist doch wunderbar so auf ein neues ja jetzt kommen wir nur schießen weil wir kein mann mehr haben das zeug dieses mana dann hat man kein oder mann zu wenig eigentlich mit dem stein entweder außer den opfer gesetzt oder gerade ausgelaufen der muss noch recht viel ep bekommen kommt ungefähr gleich viel das gucken theoretisch Könnten wir auch schon in die Zahnsamaschen. Ich glaube, das tue ich uns nicht an. Das könnte ziemlich krass werden. Vielleicht sind sogar zu krass. So, perfekt, Böcke. Das sind jetzt unsere. Bevor die anderen noch auf eine dumme Idee kommen oder so. Aber auch wenn wir schon wieder so unzufrieden, das weiß ich nicht. Wir sind quasi wieder. Gucken, oh, jetzt bist der Freund immer noch. Vielleicht denkt der Klick zu viel auf der Mütze. Lust auf ein Glas? Wir werden das mal fort. Bleib sauber. Sehr gut. Dann gehen wir nachher nochmal rein. Wir nutzen erstmal ein paar Würmchen. Und einen Wildschwein. Warum ist der ein Dreck rausgekommen? Oder weil der 61 war? Das kann sein. Das kann man nicht häuten. Schweinerei. Ich hätte irgendwie im Kopf, dass die schneller umfallen. Weiß auch nicht. Schön. Wieder was essen. Mal gucken. Unglaublich. Was ich gar nicht weiß. Oder aber noch nicht geguckt? Ob man wenn man hier quasi 70 ist. Und auf den anderen Server von denen wechselt. Wo, ähm, ich genieße mal eine figur mitnehmen kann ich meine sowas gehört haben habe ich nachgeguckt hatte ich an mich er kann auch nicht mehr kürzschneid viel schlagen zum beispiel auch direkt noch was das sieht eh gerade aus von daher kann ich schon noch so ein Ding an den Kopf er weiß was die Gegner in unserem Aslan immer sagen schon Beeinflussung oder so da hinten kommen wir auch hin oh je ah das ist gut ich dachte der schießt jetzt auch durch die Gegend aber nein das ist gut ich hatte eigentlich irgendwie oder das ist gleich verpackt hier zu unseren Gunsten weil ich meine die haben sich normalerweise mal zurückgezogen und irgendwo anders sind die wieder aufgetaucht es könnte ja sein dass die nicht funktionieren so richtig schön wenn es noch was fährt ich habe das gefühl ich spiele wieder zum ersten mal hier wir müssten noch aber dann sind da auch die Quest Dinger von den zwei Goblins die wegkommen im Notfall genau die 30 Zeppel den Dinger kommst bald wieder was liegt an freibs gut raus ach da liegen ja schon was doch liegen nur da hinten verteilt finde ich gut jetzt konnte gerne durch die erde wühlen ja warum kriegt der so viel schade stimmt irgendwas bestimmt nicht mit muss bestimmt noch mal zum tierausbilder das ist sehr seltsam oder ich muss nur nach jedem Kampf was zu essen und ihn heilen aber gut ich sehe gerade die Zeit ist um würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge und wieder ein Slats Cleo Baby auf Folge 98 dann lasst doch ein Abo da teilt das Video und wir sehen uns in der letzten Folge auf Wiedergesehen ein Abo da 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 ein Abo da